Drei Kennenlernen Hallo Guten Tag Wie geht's? Kommen Sie aus Europa? Kommen Sie aus Amerika? Kommen Sie aus Asien? In welchem Hotel wohnen Sie? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange bleiben Sie? Gefällt es Ihnen hier? Machen Sie hier Urlaub? Besuchen Sie mich mal! Hier ist meine Adresse Hier ist meine Adresse Sehen wir uns morgen? Sehen wir uns morgen? Tut mir leid, ich habe schon etwas vor Tut mir leid, ich habe schon etwas vor Tschüss Tschüss Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis bald Bis bald 30 30 30 30 31 30 30